Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Ja, hier mal eine kleine Runde unserer Schatteneskalation, eigentlich auch noch relativ zu Anfang. Dürfte so unser, keine Ahnung, fünfter, sechster, siebter Run gewesen sein, keine Ahnung. Ja, hier haben wir gerade das erste Monster halt gelegt, war ein Korschei, glaube ich. Habe ich jetzt gerade rausgeschnitten, war relativ unspektakulär und ich wollte das Video auch nicht in die Länge treiben. Ja, da habe ich mir dann Jagdfieber ausgesucht. Warum mache ich das Video überhaupt? Wir hatten am Anfang in Anführungszeichen das Problem, also generell muss man sagen, die Schatteneskalation. Ich finde sie verhältnismäßig einfach. Vielleicht liegt es daran an der nötigen Erfahrung, die man mittlerweile hat, auch am nötigen Equip oder auch an den Voreskalationen, sprich an den Laternenaufladungen. Eigentlich ist es ja klar, dass die Eskalationen immer ein bisschen leichter sein müssen sozusagen, weil es kann ja auch mal sein, dass irgendwelche Spieler, sage ich mal, die Schatteneskalation vor der Brandeskalation spielen wollen, also irgendwelche neuen Spieler, so stelle ich mir das mal vor, keine Ahnung. Hier war es dann so, natürlich war irgendwie klar, okay, der Speer wird wertvoll sein und wir haben zum Beispiel diese chirurgische, wie heißt sie, Präzision gesehen und so weiter. Und da wollten wir halt solche Sachen mal testen und was natürlich wichtig war, wir sind relativ häufig zu Tracks gekommen, hatten aber das Problem, dass wir ihn auch ein bisschen durchverwundet haben, weil wir zum Beispiel hier diese, wie heißt es, entblößter Schwachpunkt zum Beispiel geskillt haben, hier aus dem Schatteneskalationsbaum, also sprich, dass man da 100 bis 200 Wundschaden mehr macht, je nachdem, wie man es geskillt hat. Und trotzdem, wir haben ihn am Schluss verwundet, wir hatten ja das Geschärftbild, das ich euch auch im letzten Part vorgestellt habe. Das ist super geil, um am Anfang mal die ersten Runs sozusagen zu machen, um einfach mal zu gucken, oh je, ich kriege hier ordentlich auf den Sack, ja, um einfach mal zu gucken, wie was so klarkommt, um mal reinzukommen, halt, sage ich mal, den Tracks zum ersten Mal ordentlich zu legen und so ein Kram, alles mal freizuschalten. Aber wie gesagt, das Problem war einfach, wir haben von Tracks kaum was gebrochen, um nicht zu sagen, doch vielleicht ein Teil oder so oder gar nichts sogar. Ja, und das war schon ein bisschen nervig. Und dann haben wir halt umgestellt oder haben jetzt einfach mal auch ein bisschen ausgeskillt. Ich werde generell zu der Eskalationsskillung noch was sagen, was ich euch empfehlen würde, was nicht und so weiter. Aber das mache ich erst, wenn ich ein bisschen mehr selbst Bescheid weiß, was abgeht. Ja, hier, das ist jetzt der neue Naisaga oder was ist das? Ja, der neue Naisaga, der kommt jetzt immer da so angerutscht, da kann man ihn sich halt holen. Ist alles auch nicht so schwer. Ja, wie gesagt, und dann haben wir umgestellt auf chirurgische Präzision und entblößter Schwachpunkt. Und wir haben Grausamkeit ins Bild reingemacht. Und ja, das seht ihr alles gleich im Anschluss noch und das hat dann wesentlich besser funktioniert. Ein Speerspieler, später haben wir es sogar noch auf zwei umgestellt und so. Da haben wir es auch mal mit vier versucht. Bei vier war aber dann doch wieder der Teilschaden zu gering. Da haben wir da auch hin und her probiert. Das werdet ihr alles noch in den nächsten Folgen sehen oder ich werde es dann halt wieder ansprechen. Hier ist jetzt die chirurgische Präzision. Entblößter Schwachpunkt. Monty, was machst du? Ich habe mir nur gemerkt, dass das Video hier wichtig war. Genau. Jetzt habe ich das geholt. Ja, chirurgische Präzision ist folgendermaßen gegliedert. Immer wenn ein Monsterteil verwundet wird, also der Speerspieler jetzt zum Beispiel geht hin, verwundet ein Monster und ich breche es danach oder irgendwer brecht es. Ist egal. Die Gruppe bricht das Teil danach. Dann bekomme ich plus, also ein Stack halt. Das sieht man jetzt gleich oben. Dann bekomme ich ein Stack, wo ich mehr Schaden mache. Ich werde es jetzt gleich nochmal zeigen. Da sieht man so einen Knochenbruch an der Stelle. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen missverständlich oder man weiß nicht genau, was da so abgeht. Wir haben am Anfang auch ein bisschen gerätselt, ja was ist das jetzt? Also gerade so die ersten zwei, drei Minuten, da wussten wir eigentlich schon Bescheid, was da so los ist. Jetzt sieht man halt sein Bein, da ist verwundet. Jetzt ist es gebrochen. Und jetzt seht ihr hier oben zum Beispiel, ich habe jetzt, da sieht man das gebrochene, der gebrochene Knochen sozusagen. Dieser dritte Punkt oder jetzt der letzte Punkt hier oben, den man da sieht. Dieser gebrochene Knochen, wo eine 3 drin steht. Ja, und das ist diese chirurgische Präzision. Und warum bekomme ich da jetzt 3? Weil noch zwei weitere Mitspieler haben das auch mit drin. Und man bekommt pro weiteren Mitspieler, der das auch in dem Moment gesockelt hat oder halt ausgewählt hat, bekommt man dann auch wieder plus 2% halt hier zusätzlichen Schaden. Das heißt, ich bin jetzt schon bei 6% zusätzlichen Schaden. Und das ist halt mega, wenn man zwei Sperre dabei hat. Oder wenn man selbst auf diesen entblößten Schwachpunkt, den ich jetzt eben nicht ausgewählt hatte, dann halt geht jetzt zum Beispiel hier, entblößter Schwachpunkt, genau. Jetzt verwunde ich selbst mit. Und das ist dann halt schon richtig mega. Jetzt verwunde ich selbst die Teile mit. Andere verwunden auch mit. Und da funktioniert das halt echt gut. Und das hier ist wirklich noch am Anfang. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo meinen Laternenlevel sieht, aber das war echt noch relativ zu Anfang. Da habe ich mir direkt das Video hier vorgemerkt. Habe gedacht, das muss ich euch einfach zeigen. So könnt ihr es dann auch machen. Einfach das Bild ein bisschen umbauen. Das Bild ist natürlich am Schluss vom Video halt da ein bisschen Grausamkeit mit reinholen. Und dann könnt ihr halt eben so spielen. Die ganze Schatteneskalation hier baut so ein bisschen auf Wundschaden auf, würde ich mal sagen. Also das ist hier so das Wichtige. Ist natürlich auch mega, weil ihr könnt halt, sage ich mal, die Meisterschaft halt dadurch supergeil hochzocken. Das ist halt mega. Die ganzen Verwundungen, die euch vielleicht noch fehlen bei den einzelnen BMOVs. Bei Drask, Nysaga, hier Emberman, Shroud ist auch super einfach zu verwunden. Ja und jetzt seht ihr das hier, wie das hier schon hochgeht. Jetzt seht ihr zum Beispiel die gebrochenen Knochen da auf 9. Das heißt, ich habe schon 9 mal 2% mehr Schaden. Das heißt, schon 18% mehr Schaden. Jetzt hier 12 und so weiter. Und jetzt geht das immer weiter voran. Und wie ich schon sagte, das hier ist eigentlich noch ein defensiv ausgerichtetes Bild. Ist ja immer noch das Garnbild mit Grausamkeit halt eben drin. Also da könnte man noch offensiver das ausbauen, was ich auch definitiv machen werde. Vielleicht dann auch noch Gerissenheit reinholen oder irgendwas. Also dann später mit den Lichtwaffen da spielen und so weiter. Da kann man natürlich, ja, da kann man schon übelst abgehen. Aber so würde ich es euch empfehlen. Am Anfang mit der normalen Skan-Waffe spielen mit Geschärft, dass man halt halbwegs gut zum Endboss kommt. Wegen mir könnt ihr auch direkt schon mit Grausamkeit starten. Also mit dem Bild hier. Da ist man ein bisschen langsamer. Ist dann halt schon wichtig, dass die Gruppe halt Shrike dabei hat. Wir sind dann wirklich mit vier Shrike-Spielern da rumgelaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder wenn jetzt jeder das richtig gemacht hat. Vielmehr später haben wir es auf jeden Fall so gemacht. Da ist man schön schnell unterwegs, weil man hat ja sonst keinen Speed dann mehr drin. Weder Leitung noch sonst irgendwas hatten wir da drin. Sind wir halt mit Shrike da rumgelaufen. Haben Grausamkeit drin gehabt. Haben ein bisschen verwundet mit zwei Fäusten und zwei Speeren. Und dann war das echt mega. Hier sieht man es jetzt vielleicht auch wieder. Ich verwunde hier auch noch gut mit, mit dem 200 zusätzlichen Wunschschaden. Da sieht man, das ist hier komplett durchverwundet. Und da holen wir uns die Teile. Und da sieht ihr schon, wie das richtig abgeht. Das ist halt richtig mega. Und da sehen wir schon 18 oben, 21 jetzt. Das heißt, wir haben schon 21 mal 2% mehr Schaden. Jagdfieber ist auch noch mit am Start mit 40% mehr Schaden oder sowas. Ja, also es ist richtig heftig. Dafür, dass das hier ein Defensivbild ist und wir alle noch relativ defensiv da rumgelaufen sind, war das auf jeden Fall an dem Abend absolut das Highlight, als wir das hier halt dann gecheckt hatten. Ist nicht so schwer zu verstehen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich sagt, boah, nee, Wunschaden, da gehe ich dran vorbei und so weiter. Weil ich denke, der wird es dann schon schwerer haben. Und generell macht es halt relativ wenig Sinn. Ich würde es halt hier so machen. Wunschschaden steht halt bei dieser Eskalation schon so im Fokus. Und dann kann man hier ganz gemütlich durchspazieren. Seht ihr jetzt? 24 mal 2% mehr Schaden. Jetzt habe ich noch Truppenziele dazu genommen. Und da läuft der Laden aber mal so richtig. Und hier fehlt noch einiges. Ich glaube, hier hatten wir noch nicht mal die Stufe 2 freigeschaltet. Vielleicht gerade so. Ich weiß gar nicht. Also die Stufe 2 von dem Bonusschaden und so. Also auch in der Schatteneskalationsskillung da. Ja, da fehlt also, wie gesagt, da fehlen noch zwei Punkte. Allein das macht ja schon mal heftig viel aus. Ihr merkt jetzt gleich auch an meinem Spielverhalten jetzt hier, dass ich eigentlich noch relativ großen Respekt vor ihm habe. Ja, weil ich absolut noch gar nicht weiß, was er da so treibt. Ich hole mir hier auch die Dränke und habe da so ein bisschen Schiss, dass das wieder in die Hose geht. Hier auch ein super schlechter Start. Aber es war gar nicht mal so. Also das hier ist noch nicht mal so krass vorzeigbar. Aber man sieht jetzt auch schön, dass halt eben die Teile brechen. Er wird jetzt schön durchverwundet. So hatten wir es vorher auch mal geschafft. Aber durch Grausamkeit, das muss dann halt noch drin sein. Wir haben jetzt diese ganze chirurgische Prästition und Schadenserhöhung und so. Aber ich glaube, das alleine wird nicht reichen. Es muss Grausamkeit mit ins Bild und dann bricht man die Teile hier von Drax. Und ja, kann absolut nur sinnvoll sein. Würde ich auf jeden Fall so empfehlen. Es ist, wie gesagt, ein Verwundungs-SK. Irgendwer wird schon mit Verwundungsschaden da rumlaufen. Da kann man eigentlich davon ausgehen. Und dann Grausamkeit in seinem Bild drin zu haben. Dass die verwundeten Teile einfach 100% mehr Schaden bekommen. Was im Endeffekt einfach nur bedeutet, sie brechen schneller. Dann ist nochmal Überwältigung und so weiter im Bild. Kann absolut nicht schaden. Absolut sinnvolles Bild. Für den Anfang, vielleicht auch fürs Ende. Und ihr seht es hier, wie die Teile brechen. Wir haben den eigentlich super unter Kontrolle. Ich mache eigentlich noch viel Blödsinn. Ja, und der bricht praktisch auseinander. Guckt euch das an. Das war ganz am Anfang. Wir haben den komplett auseinandergenommen. Und da waren wir schon überrascht. Weil am Anfang war es schon ein bisschen härter. Klar, wie es immer ist bei neuen Monstern. Und plötzlich zerbricht der da innerhalb von 2 Sekunden gefühlt. Da haben wir schon gedacht, was geht denn da ab? Hier seht ihr das Schatteneskalation jetzt gerade auf Stufe 12 gekommen. Da sind noch 13 Stufen möglich. Und wie gesagt, noch etliche Talentpunkte, die noch sinnvoll zu verteilen sind. Und auch diese Bonusfähigkeiten, die man noch erhöhen kann. Also da ist definitiv noch einiges möglich. Und ich bin echt mal gespannt, was da für Schadenszahlen möglich sind. Oder später, wenn die Leute den auch Solo rennen und dann vielleicht auch da drauf spielen und so. Die zerbrechen den ja auch innerhalb von 3 Sekunden. Da wird er auseinandergenommen. Einmal unterbrochen. Da liegt er da. Und da holt man sich auseinander. Das wird bestimmt witzig. Bin ich mal gespannt, was da noch möglich ist. Er ist wirklich relativ einfach. Die ganze Schatteneskalation ist dadurch auch relativ einfach. Jetzt laufe ich, glaube ich, hoch, um euch das zu zeigen. Und da habe ich mir schon vorgemerkt. Ich habe gedacht, da muss ich meinen Zuschauern halt einfach mal zeigen. Das ist sozusagen das Midgame jetzt hier von der Schatteneskalation. Vielleicht sogar das Endgame halt sozusagen. Dass man jetzt durchgängig so spielt. Mit zwei Speeren, zwei Fäusten oder sowas. Vielleicht geht es auch mit vier Fäusten und Verwunden. Müsste eigentlich auch funktionieren und so weiter. Ja, hier seht ihr das entblößter Schwachpunkt halt mit reinnehmen. Dass man die 200 Wundschaden da macht. Und halt hier die chirurgische Präzision. Und da seht ihr es auch. 2% Zusatzschaden plus 2% für jeden anderen Spieler, der das auch noch hat. Ist halt relativ heftig. Deswegen gehen die Stacks so in Zweier- oder Dreierschritten nach oben. Das dann mal 2% ist euer zusätzlicher Schaden, den ihr macht. Jetzt seht ihr gleich noch das Bild im Anhang. Ist ein ähnliches Bild wie das, was ihr schon gesehen habt. Ist halt nur Grausamkeit noch mit drin. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschalten. Vielen, vielen Dank für die Leute, die meinen Creator-Code nutzen. Für generell die Unterstützung auf meinem Kanal, Kommentare und so weiter. Ja, wirklich vielen, vielen Dank. Und dann rocken wir weiter hier die Eskalation. Da seht ihr es oben. Stufe 8. Es gibt nur noch eine dritte Fähigkeitsstufe, sehe ich gerade. Oder habe ich das gerade richtig gesehen? Oder ich habe eigentlich das Game of the Mafia. Keine Ahnung. Also wo man da verstärkt wird. Und so, ihr wisst Bescheid. Also hier absolut defensives Outfit, sage ich mal, mit Grausamkeit, Überwältigung, Wut, Eisgeboren und so weiter drin. Absolut defensiv noch unterwegs. Funktioniert aber super. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. In den nächsten Parts machen wir dann an ähnlicher Stelle weiter. So wisst ihr mal, wie man Tracks-Teile bricht, falls das ein Problem für euch dargestellt hat. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.